Herzlich Willkommen zum Liebesorakel am heutigen Montag. Warum kann er seine Gefühle derzeit nicht zeigen? Darauf gehen wir heute ein. Nach dem kurzen Intro geht es schon los. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder Zeit für ein Liebesorakel und wir gehen heute auf die Frage ein, wieso kann er derzeit seine Gefühle einfach nicht zeigen? Was ist die Problematik dahinter? Welche Themen beschäftigen ihn denn derzeit im Herzen und natürlich auch in seinen Gedanken? Ist da eine andere Frau oder es sind so viele Thematiken, die einem da manchmal durch den Kopf ratern und genau da wollen wir doch heute mal hineinschauen, ob es einfach ein Defizit ist bei ihm selbst oder ob da vielleicht sogar doch andere Menschen noch eine Rolle spielen? Da schauen wir heute hinein. So, die Frage, warum er keine Gefühle zeigen kann, ist sehr offen gestellt und wir hoffen, dass wir darauf genug Antworten bekommen werden. Ja, ihr seht vier Orakelkarten am heutigen Abend, neun Lenormor-Karten. Wir haben die Einzigartigkeitskarten, mit der beginnen wir auch, denn das ist so die Quintessenz, was du dir weiterhin bitte sagen sollst. Du bist einzigartig und nur du kannst deine Seele auf der Erde verkörpern. Ja, da hast du doch eine wundervolle Karte, die auch sehr, sehr viel aussagt, dass du auf jeden Fall ihn nicht unbedingt brauchst, um du selbst zu sein. Nur du kannst verkörpern, wer du bist, nur du kannst aussagen, wer du bist. Und das ist auch die Quintessenz, die ich gerne übermitteln möchte. So, seine erste Thematik lautet, die Kraft der Lösung liegt in der Gegenwart. Frage nicht nach dem Warum, sondern frage dich jetzt. Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Das heißt, er selbst ist einfach noch zu sehr in der Vergangenheit gefangen oder auch in der Zukunft schon. Er denkt zu weit, ja. Also, daher kann er ihm hier und jetzt gar nicht zeigen, was er empfindet. Die Kraft der Lösung liegt aber in der Gegenwart, sagt die Karte schon an sich aus. Das muss man ihm ab und zu Schritt für Schritt aufzeigen, dass Vergangenen vergangen ist und verarbeitet werden sollte und Zukunft auch gemeinsam gestaltet werden kann, weil das ist es, worum es im Leben geht. Dass man Hand in Hand in die Zukunft geht und nicht einen alleinig planen lässt. Die Blockade seiner Seele ist der Tempel deiner Wahrheit. Betritt ihn und beginne, deinen eigenen Wahrheit hoch zu achten. Das ist halt, dass man sich, wahrscheinlich hier immer noch die Vergangenheit-Thematik, noch nicht sicher sein kann, ob da wirklich alles ehrlich ausgesprochen ist. Kann er wirklich schon so weit für sich einstehen, wie er gerne würde? Kann er Fehler aus seiner Vergangenheit anerkennen, akzeptieren und natürlich auch verarbeiten? Natürlich auch tiefe Wunden, wo er sich schön geredet hat. Kann er diese nun schon verarbeiten? Oder ist er da noch ein bisschen in seinem alten Verhaltensmuster gefangen? Das muss er jetzt aufarbeiten. Der Tempel der Wahrheit ist seine Blockade. Er selbst muss es aber anerkennen. Du kannst ihn immer wieder dazu auffordern, dass er in sich geht, dass er alles nochmal Revue passieren lässt. Aber zwingen kannst du ihn nicht. Du kannst immer nur Impulse setzen. So, und dann haben wir den Impuls für ihn. Und das ist, konzentriere dich auf die Liebe. Suche bei jedem Menschen in deinem Leben die guten Eigenschaften. Und genau das ist das, was ihn derzeit sehr, sehr stark begrenzt und was ihm wahrscheinlich auch einfach dazu leiten lässt, dass er seine Gefühle nicht zeigen kann. Er sieht nicht die Positivität. Es ist so, dass auch Männer gerne einmal schlecht behandelt werden oder sich schlecht behandelt fühlen. Und daher trägt auch er seine Last mit sich aus früheren Beziehungen. Und das projiziert er leider derzeit auf alle. Und auch in der Kommunikation kann es daher immer sehr, sehr schnell zu Missverständnissen kommen. Und da muss man wirklich dafür einstehen, um ihm aufzuzeigen, dass er sich auf die guten Dinge im Leben konzentrieren soll und auch Vergleiche zwischen Menschen sein lassen sollte. Denn Vergangen ist Vergangen. Zukunft wird zukünftig sein. Aber die Gegenwart gibt es nur jetzt. Jede Sekunde einmal. Jeder Atemzug, den du machst, kannst du nicht wiederholen, sondern du hast immer wieder einen neuen Atemzug. Und das muss man ihm wirklich aufzeigen. Er ist da einfach noch in der Thematik seiner Vergangenheit gefangen. Er ist da noch sehr, sehr tief verletzt und kann daher gar nicht wirklich in sich gehen. Denn er selbst ist auch nicht wirklich im Selbstwert und im Selbstbewusstsein, wie er eigentlich sein sollte, damit er für dich auch ein starker Partner sein kann. Vor allem aber, dass er zeigen kann, was er empfindet. Und manche Menschen gehen dann halt eher und wenden sich ab. Aber auch dieser Weg führt gerne auch wieder zurück. Und da schauen wir jetzt auch nochmal hin, wie seine nächsten Tage bis Wochen werden. Also, wir haben schon mal das Herz, das Glück und das Klee und die Maus, die Mäuse. Wir haben hier jemand, der schon sehr, sehr tief für dich empfindet und der auch sehr, sehr großes Glück mit dir verbindet. Aber die Maus ist immer wieder da. Seine vergangenen Gedanken sind immer wieder da, dass die daran nagen, dass er an diese Realität denkt. So, und das geht wieder in Zukunft und Vergangenheitsdenken über. Sehr, sehr passend. Denn er persönlich glaubt nicht an das Glück im Hier und Jetzt. Er spürt es im Inneren, aber der Verstand spielt ihm da wirklich ganz, ganz groß mit. Und das ist auch eine weitere Hürde, weshalb er heute bis dato seine Gefühle eventuell ab und zu mal durchsickern lässt, aber nicht komplett zeigen kann. Wie geht es denn weiter? Also, das Schöne daran ist sehr, sehr, sehr sensationell. Er persönlich probiert, über den Schweinehund natürlich hinwegzukommen. Wenn du ihn darauf ansprichst, wie wir schon gesagt haben, den Impuls gibst, dann wird es hier einen Neuanfang zwischen euch geben, der in einer Beziehung enden wird. Ja, an der er aber immer wieder ein bisschen zweifelt, weil ganz aufgehoben ist dieses Verhaltensmuster noch nicht. Denn da muss er erstmal ein paar Thematiken nochmal gespiegelt bekommen, dass es bei dir dann anders wäre, deine Reaktion, deine Emotionen, dass es nicht alles so ins Negative läuft. Das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik, denn du persönlich bist daher auch sein Ratgeber. Du bist so sein Fels in der Brandung und bist auch jemand, der aufzeigt, dass du für ihn da bist. Du bist für ihn da und das ist das, was ihm auch gefehlt hat. Hier haben wir aber ab dem nächsten Treffen eine höhere Kommunikationsebene. Wir haben einen großen Neuanfang bei euch, der auch im Glück liegt. Und das kann sehr, sehr gut in die Bindung gehen, wenn du ihm die Impulse gibst. Und denk aber immer daran, dass du dich selbst nicht unter Wert verkaufst, dass du selbst in deinem Selbstwert bleibst, weil nur du deine Seele auf der Erde verkörpern kannst. Und wie geht es dann weiter? Ja, sehr, sehr schön. Also, wie schon angesprochen, werden hier immer wieder Thematiken gespiegelt werden, welche ihn aus der Balance bringen werden. Aber es sind geführte Thematiken. Also, es geht hier auch in die Heilung deiner Seele, auch für dich selbst. Da spiegelt ihr euch sehr, sehr schön was. Sieht auch nach einer Seelenpartnerschaft aus. Ja, aber ihr solltet kleine Schritte gehen. Ihr solltet jetzt nicht gleich Kind, Haus und Hof planen, denn hier liegt einfach die langsame Verarbeitung eurer Thematiken. Auch du hast noch deine Thematik hier liegen im Vertrauen, ja, in Worten. So, du glaubst Taten mehr als Worten. An Worten zweifelst du sehr, sehr gerne. Aber das ist auch deine Vergangenheit. Und deswegen wird hier sehr, sehr viel Thematik aufgebaut. Es wird aber auch sehr, sehr viel in die Lösung gebracht für dich selbst, wie auch für ihn. Wenn ich jetzt eine Tendenz abgeben darf, ab wann diese Öffnung bei ihm stattfinden wird, wenn die Impulse gesendet werden. Also, wenn du die Impulse sendest, ihn durch die Blume darauf ansprichst, nicht direkt, weil direkt würde eine überemotionale Reaktion hervorrufen, wenn du ihn dort darauf ansprichst, dann kannst du schon damit rechnen, dass ab dem Zeitpunkt des Impulses innerhalb von 18 Tagen hier ein Gefühlsausbruch bei ihm kommt, weil er musste ja auch sehr viel unterdrücken bis jetzt. Aber er muss diese Waagschale, diese Balance finden zwischen Vergangenheit und Zukunft. Er muss im Hier und Jetzt ankommen und die Thematiken muss er anerkennen, ohne wegzurennen. Er darf es nicht immer negativ aufnehmen, genauso wie du. Das heißt, stoppt die Überemotionalität und rein in die Positivität. Ja, das ist erst einmal der grobe Blick darauf. Wer gerne mehr über sein Liebesleben wissen möchte, im März ist die 15 Minuten, die Liebeslegung für 29 Euro im Angebot. Ihr könnt gerne auf meine Webseite, alles unten verlinkt, auch meine Facebook-Page oder Instagram-Page. Wenn ihr auf das schöne Gesicht klickt, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Es gibt morgen früh wieder ein Tagesorakel, wie immer. Und in diesem Sinne, bleibt immer gesund, bleibt immer frohen Mutes und bleibt immer in eurer Selbstliebe. Dann können wir die Welt verändern. Macht's gut und einen schönen Abend durch. poured ich an die Hawaii-I 필-Iittle- Liangz ... hiding ein weniges. Wir garanti LEDs, Aber ich denke,